Der Held Dr. Trump 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 Musik 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 One of the nice ones! Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Oh, no. It's moving. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. D 보니까. Und seit Mal. See. The idea of, you know. Monte U know. A bio-Terrorist attack. Until we have a vaccine that we've gotten out to basically the entire world. Until we have a vaccine that we've gotten out to basically the entire world. Now we need to go and look in families to find those people who may be sick and remove them and isolate them in a safe and dignified manner. Authorities may have to enter people's homes and remove family members, presumably by force. US! You have to learn a lot from their kids... Und dann haben wir im großen Stil im Gesundheitswesen vor allen Dingen Impfstoffe gefördert. Wir werden den zu entwickelnden Impfstoff letztendlich 7 Milliarden Menschen fernbrechen. Der Normalität vor Corona werden wir erst dann zurückkehren können, wenn wir entweder ein Wundermittel gefunden haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In a... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir können viel lernen von Bill Gates Wir werden den zu entwickelnden Impfstoff letztendlich 7 Milliarden Menschen fernbrechen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In a safe and dignified manner Wir können viel lernen von Bill Gates In a safe and dignified manner Now, if we do a really great job on new vaccines The idea of a bioterrorist attack We werden den zu entwickelnden Impfstoff letztendlich 7 Milliarden Menschen fernbrechen. The idea of a bioterrorist attack In a safe and dignified manner ��punkt Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020